Happy Birthday, Naresh Kumar. Happy Birthday, Sahin Ahmet. Happy Birthday, Showkhat Ali. Happy Birthday, Rissaul Hukwe. Happy Birthday, Kuki Khan. Happy Birthday, Ankush Ankush. Und ich spiele heute mal wieder Free Firewax im BR-Ranket. Ja, viel Spaß. Okay, los geht's. Ich habe eine Krankheit fest. Battle Royale. Battle in Style. Töte einen Spieler durch einen Kopfschuss. Das wird, glaube ich, irgendwie mit den Sturm gewehrt. Also nehme ich zum Beispiel eine AK. Eine AK nehme ich vielleicht. Oder eine G36. Das ist doch Sturm gewehr. Eine UMP ist, glaube ich, ein Sturm gewehr. Eine Vermeer muss ein Sturm gewehr sein. Das ist kein Sturm gewehr. Und das ist auch kein Sturm gewehr. Das könnte ein Sturm gewehr sein. Das könnte ein Sturm gewehr sein. Okay, Kopfschuss mit da. VSS. Oh, Level 3er Rucksack. Ich zeigte mir da Level 3er an, wenn ich da bin, ist ein Level 2er da. Also mit der Skalberg auf der sicheren Seite, dass es im Sturmgewehr ist. Nimm mal die Skal, oder bleiben wir jetzt bei der Svanas? Ah, bleiben wir bei dir. Also mit der Skalberg auf der sicheren Seite. Also mit der Skalberg auf der sicheren Seite. Oh! 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 Das war's für heute. 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 Jetzt kommen die ganzen Spieler. Das war's für heute. 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 da ok er muss wieder felschen knapp Ich habe einen kleinen Rucksack jetzt, das ist schon mal gut. Ich fahre auch gerade in den Haus drin. Ah, ist noch weiter weg. Das Haus dahinter. Okay. Uppi! Level 3er Rucksack. Jetzt geht es rund mit dem jungen Hund. Hm. Oh. 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 Ich bin nicht in der Seite. Ich bin nicht in der Seite. Oh, der wird nicht mehr. Triple kill Oh, kann ich eine Waffe auch werten? Leider noch nicht. Nur bei denen. Jetzt will ich bisschen mehr. Aber ich kann nicht mehr. Ich mache das Gefühl. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich kann nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe so schlechte Erinnerungen an dieses Haus Oder in solche Häuser Ich habe erstmal das da hinten Weil das gleich weg ist Ich habe das da hinten Ich habe das da hinten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Rampage Killing spree Killing spree Killing spree the Mensch Und der Kopfschuss war jetzt mal dabei, also meine Quest ist fertig und ja, ich hab mal wieder gesagt, ich bin so selten bei Heroisch. Das war's für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, bis dann mit euch, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.